Und jetzt floppt auch noch der FIFA-finanzierte Spielfilm United Peasants, Peasants, ja United Peasants, geht um Bettler in dem Film. Warum konnte der T-Rex nicht fliegen? Ohne Scheiß, ich habe eine ganze Tüte voll mit Kronkorken. Das wird irgendwann mal die Währung der Zukunft, kleckt mich am Arsch. Ich werde dann der reichteste Mann im Ödland sein. Um diese Trophäe zu erhalten, müsst ihr den Kalenderman an 12 Realen feiern. Jetzt klickt auf die Faktenflos. Flos! Faktenflos? Really? Ich schaffe es einen ganzen Satz ohne Versprecher und zum letzten Wort sage ich Faktenflos. Row, 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 ihr Boot auf dem Faktenflos. Aber wir müssen nicht immer nur uns selbst verkleiden. Wie wäre es mal... Ein paar Wünsche an Chainlong werden für... Ein paar Wünsche an Chainlong werden für die Bi... Ein paar Wünsche an Chainlong werden für die Bi... Ein paar Wünsche an Chainlong werden für die Wiederbelebigung... Auf dem SNES war Batman Returns ein Sido-Sco... Ein Sido-Sco... Ein Sido-Sco... Ein Sido-Sco... Beat'em ab! Ein Sido-Sco... Und natürlich dürfen wir die bekannteste fette El... Else? Der amerikanische Synchronsprecher von Son Goku ist während der Aufnahmen von Gokus Transformation zum Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT in Ohnmacht gefallen, weil er so lange schreien musste. Und das mache ich auch gleich. Ich werde gleich sehr lange schreien. Jetzt ist die aufgenommen. Ja, mega Anfängerfeber. Sorry, okay, noch einmal. Anstatt elegant die Fäuste zu schwingen und von Gegner zu Gegner zu gleiten, sollte Batman Arkham Asylum... Asylum? Asylum. Arkham Asylant, ja. Batman macht die Grenzen, die. Besser? Dann hör auf zu pupsen. Hör auf auf TomTom zu zeigen. Das war jetzt ein Tyrannosaurus Rex. Also, so ist Apatosaurus und so ist Tyrannosaurus Batz. Batman, Batman. Nein, Batman. Achso. Batman-Titel. Batman, Batman Decade. Nachdem der Titel heißt Batman, Batman. Batman, Batman. Das wäre wirklich ein dummer Titel. Und einige wie der Kassovari haben das auch noch nicht vergessen und können durchaus auch für den Mädchen lebensgefährlich werden. Mu? Batman ist ein Brotaufstrich. Das ist sehr lustig. Wieder unter der Regisie. Es geht darum, um die Abenteuer von Jongoku. Schwanzvergleich. Okay. 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 Vielen Dank.